Ich bin der Franz-Anne Schallberger. Ich bin seit 15 Jahren bei Swiss Life hier in der Region Nidwalde, instanzstätig und betreue meine privaten Geschäftskunden. Ja, hier im Tal motiviert mich vor allem die Offenheit der Menschen. Jeder kennt jeden und darum ist es wichtig, authentisch zu sein. Und vor allem, dass man dazu steht, was man sagt. Aufgewachsen bin ich hier auf einem Bergbauerhof. Ich bin der jüngste von sieben Kindern. Mit 16 bin ich zu Hause schon ausgezogen. Ich habe eine Kochlehre gemacht. Und dann bin ich in die weite Welt hinaus, kann man sagen, auf Hawaii und Australien kochen. Zwei Jahre. Und als ich wieder zurückgekommen bin, dachte ich nicht, was mache ich jetzt? Es ist ja so, dass schon früher mein Grossvater bei Swiss Life war. Er ist schon 1948 mit dem Velo über eine Brünung gegangen und hat seine Kunden besucht. Mir Volk, das kann ich selber bestimmen. Und dass ich einen Erfolg habe, das zeigen meine über 1600 Kunden, die ich in den letzten 15 Jahren zu Swiss Life gewinnen konnte. Die Firma ist mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist wie eine Art Liebe entstanden. Was ist es so, dass ich mich komplett? Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr, da dich was. Ich bin sehr Comment! Es ist ja so, dass ich mich süß, die ich entreten eine Begrößen zu übernehmen. Gäste, dass ich mich, Ich bin sehr, da mich, in der Nähe von uns unterdecken, die würde dir dieiete, Und das waren so, ich Jared. Ich bin sehr, ich bin sehr viel.